Sie hören? Rosie Clark. Hochzeit in der Mulberry Lane. Gelesen von Rebecca Madita Hund. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Wo hast du das her? Tommy Barton packte seinen kleinen Bruder Sam am Arm und drehte ihn herum, sodass dieser das halb gegessene, süße Brötchen fallen ließ. Das ist vom Bäcker auf dem Markt. Woher hattest du das Geld dafür? Die Luft war nach wie vor von dem beißenden Gestank der Brandbomben erfüllt und über den getroffenen Häusern ein paar Straßen weiter stiegen dunkle Rauchsäulen in den Himmel auf. Seit über einem Monat fielen immer wieder Bomben auf die Gassen Spitalfields und zahlreiche Gebäude waren schwer beschädigt oder ganz zerstört. Im Januar 1941 herrschte Eiseskälte. Doch die beiden Jungen hatten über ihren Hemden und den abgewetzten Hosen mit den Flicken auf den Knien nur dünne Sommerjacken an. Auch ihre abgetragenen Stiefel waren alles andere als warm. Und durch das Loch, das in der Spitze von Sams rechtem Stiefel klaffte, drang die Nässe ein. Gib her, ich habe Hunger, stieß Sam schmollend aus und seine dunklen Augen, die das eingefallene Gesicht beherrschten, funkelten vor Zorn. Du hättest mir das Brötchen gar nicht wegnehmen müssen, denn auch wenn dich das im Grunde überhaupt nichts angeht, habe ich es mir auf dem Schrottplatz selbst verdient. Was hast du da gemacht? hakte sein Bruder nach. Bert hat dich sicher nicht fürs Nichtstun bezahlt. Wenn du geklautes Zeug verhökert hast, zieht Ma dir deine Hammelbeine dafür lang. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß, erklärte Sam ihm trotzig und wischte den Rotz, der ihm mal wieder aus der Nase lief, mit seinem Ärmel weg. Ich sammle einfach Schrott für Bert. Die anderen Jungs und ich bringen ihm irgendwelches Zeug und er bezahlt echt gut und interessiert sich ein Dreck dafür, ob ihr es ehrlich irgendwo gefunden oder mitgehen lassen habt. Trotz seines Ärgers drückte Tommy ihm das Brötchen wieder in die Hand. Ma hat jedoch gesagt, dass du nicht auf den Trümmergrundstücken rumlaufen sollst, weil das gefährlich ist. Ein paar der Bomben explodieren nicht, wenn sie abgeworfen werden und wenn du über so eine scharfe Bombe stolperst und sie hochgeht, wird sie dich in Fetzen reißen. Sam grinste derart breit, dass man die Lücke, wo er einen Schneidezahn verloren hatte, sah. Ich gebe dir Tappens, wenn du mich nicht bei Marp verpfeifst. Tommy gab ihm eine Backpfeife und lehnte ab. Ich lasse mich ganz bestimmt nicht von dir bestechen, Sam. Diesmal halte ich noch dicht, aber ich warne dich. Halt dich in Zukunft von den ausgebombten Häusern fern. Als Plünderer könntest du dort erschossen werden. Hast du denn die Schilder nicht gesehen? Die blöden Polizisten geben einem höchstens was hinter die Löffel und erzählen einem, dass man verschwinden soll. Und wenn sie können, lassen sie auch gerne selbst was mitgehen, klärte Sam ihn immer noch mit einem selbstzufriedenen Grinsen auf. Es tut doch niemandem weh, wenn ich mich dort ein bisschen umsehe. Ich nehme ja nichts mit, was wichtig ist, Tommy. Ein bisschen Schrott, die explodierten Bomben oder irgendwelchen anderen Müll. Ich nehme nichts, womit jemand wie wir noch etwas anfangen kann. Wenn du dir was verdienen willst, geh herum und frag, ob du bei irgendwelchen Leuten Fenster putzen oder sonst was machen kannst, schlug Tom ihm vor. Heute früh habe ich mit Fenster putzen im Geschäft von Mrs. Tandy Glad Sixpence Firma verdient. Und Peggy gegenüber hat gesagt, dass sie mir für das Säubern ihrer Regenrinne einen Schilling gibt. Ich habe mich schon umgehört, aber sie alle haben gesagt, ich wäre noch zu klein. Bert war der Einzige, der mir was angeboten hat. Er hat gesagt, dass ich Metall, das rumliegt, für ihn sammeln soll und das habe ich gemacht. Abermals verzog der junge Sam beleidigt das Gesicht. Du bist älter als ich und dir vertrauen sie. Dann lassen wir es jetzt gut sein, nahm der große Bruder die Entschuldigung des Kleinen an. Sag mal, dass ich zum Essen komme, wenn ich mit der Regenrinne fertig bin. Knurren machte Sam sich auf den Weg. Normalerweise tat er am Ende immer, was sein Bruder sagte und vor allem konnte Tommy ihm wohl kaum verdenken, dass er selbst ein paar Pens verdienen wollte, weil ihre Mutter nie genügend Geld hatte, um regelmäßig Essen auf den Tisch zu bringen oder ihnen gar ein kleines Taschengeld zu zahlen. Also suchte Tommy sich an Samstagvormittagen und, wenn möglich abends, immer irgendeine Arbeit, damit die Familie nicht gezwungen war, hungrig zu Bett zu gehen.